Für Stratzer, Thomas aus Wüttemberg. 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 Thomas aus Wüttemberg. Stratzer, 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 Thomas aus Wüttemberg. Ich will auf mich, mein Mann. Ich will auf mich, mein Mann. Ich will auf mich, mein Mann. Nummer 3! Könnt ihr? Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Bye. ... 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 wurde Romanowski Reinhardt Post-PSK mit 180 Kilogramm. Und den dritten Platz besetzte Etzlinger Klaus Ranzhoff 172,5 Kilogramm. Staatsmeister 1992 in der Kategorie 100 wurde Leister Andreas Harland mit 335 Kilogramm. Leister Andreas Harland mit 335 Kilogramm. Zweiter wurde Romanowski Reinhardt Post-PSK mit 332,5 Kilogramm. Romanowski erhält den Ehrepreis-Gemann des Hauptmanns von Tirol Dr. Andreas Barth. Und dritter wurde Fockenberger Thomas Lochen 315 Kilogramm. Der Start der nächsten Gruppe, pardon. Fockenberger Händler ist der Eintracht. Der Start der nächsten Gruppe ist 12 Uhr. Liebe Jugend, werte Damen und Herren, die der Mannschaft und Sportfreude geschäftig funktionieren. Das werden Sie bis heute wieder dabei. Ich persönlich komme sehr gerne zu den Gewichtthemen. Sie wollen auch heute wieder einen recht ansprechenden Beitrag. Gesendet sein ist das Grund des Fußballsegel-Nastiegs und steht noch nicht gewiss. Sie kommt heute in Gesendung der Beitrag. Und zwar entweder zehnfach vor dem Fußball. Es steht noch nicht gewiss.